Hallo, einen schönen guten Abend. Guten Abend aus Dinkesbühl. Ja, ihr werdet das Fahrzeug bereits kennen. Dennoch ist jetzt final alles fertig. Hier haben wir ein bisschen Zeit gehabt und uns auch ein bisschen Zeit gelassen, weil es natürlich ein mega schönes Fahrzeug ist, wo wir alles dementsprechend anständig und ordentlich verbaut haben. Der Kunde ist auch von weiter her, somit hat sich das natürlich auch ein bisschen gezogen, weil es hat einfach ein bisschen gedauert. Aber er konnte nicht immer und wir konnten nicht immer. Also Teile waren schwierig zu kriegen. Es war alles ein bisschen, aber jetzt hat alles funktioniert. Hier habe ich ja schon vorgestellt, die Hundebox hinten drin. Jetzt haben wir das Fenster auch noch drin, ein schönes Schiebefenster. Jetzt will ich euch aber innen drin nochmal zeigen, was wir alles gemacht haben. Die Hubstützen hat man ja schon ausgiebig gehabt. Die haben wir hier schon mal gezeigt. Und jetzt haben wir aber auch innen drin ja jede Menge geändert. Zum einen haben wir hier unsere Displays. Hier haben wir einen elektrischen Hauptschalter. Hier haben wir unser Bedienkontroll-Panel von unserem Wechselrichter mit Landstrombegrenzung und allem, was man sich vorstellen kann. Ich hoffe, der Ton ist auch das mal ein bisschen lauter. Ich habe das Mikrofon jetzt richtig laut gestellt, also ich hoffe, es kommt richtig gut was rum. Also, wenn wir jetzt hier ausschalten, dann hören wir einen Klack. Zack. Und im Prinzip ist jetzt der Hauptschalter aus. Den Wechselrichter haben wir nicht über den Hauptschalter laufen, weil das auch gleichzeitig ein Ladegerät ist. Zack. Alles an. Und hier haben wir jetzt unseren Wechselrichter, wo wir eben auch laden können von der Firma Büttner, den 3000er, ICC 3000 Kombigerät, also richtig schickes Gerät. Dann haben wir hier natürlich, ja klar, Standardpanel, alte Heizung, das war alles schon da. Da haben wir jetzt nicht viel verändert. Das haben wir aber hier eingebaut. Dann haben wir eingebaut. Hier oben den Max-Van. Den habe ich ja schon mal gezeigt. Mit Ein- und Ausschalter, damit wir den auch nachts ausschalten können. Wir verbauen da einmal extra auch einen Schalter dafür. Hiervon haben wir verbaut ein Sound-Paket, damit ein richtig guter, saftiger Klang da ist im Fahrzeug. Dann haben wir verbaut hier eine Kaffeemaschinenhalterung, damit die während der Fahrt hier stehen bleiben kann, damit wir die nicht ständig herholen, wegräumen muss. Dann haben wir verbaut einen schicken Wasserhahn, der natürlich richtig toll ausschaut. Also richtig edel, finde ich, schaut er aus. Also wesentlich besser wie das Originalteil, was wir da schon verbaut gehabt haben, serienmäßig. Ist das natürlich schon echt ein Hingucker. Dann haben wir verbaut einen Max-Van mit LED-Beleuchtung und Verdunkelungsrollow, damit hier auch dementsprechend die Hundebox, die hier hinter steckt. Dann machen wir mal die Leiter hoch, dann kann man das nochmal zeigen. Hier haben wir nämlich den Zugang zur Hundebox, wo der Hund hier rein kann mittels Schiebetür und raus kann. Also eine ganz tolle Geschichte. Zack, rastet ein und fertig. Türe kann man optional natürlich wegmachen, wenn man das möchte. Wir haben es jetzt mal dran gelassen, ich weiß nicht, was der Kunde haben will. Können wir aber natürlich jederzeit wegbauen. Dann von Haus auf sind hier natürlich ganz wenig Steckdosen und das war eigentlich eine richtig heftige Arbeit. Ihr seht, hier hinten überall separate Steckdosen dazu. Da hinten 12 Volt USB, 230 Volt. Hier haben wir ein Fernseher montiert. Da muss nur Strom hergelegt werden und auch SAT muss hergelegt werden, also das Antennensignal. Dann haben wir hier etliche Steckdosen verbaut. Hier drunter, weil da waren hier auch, die war neu, die 230 Volt Steckdose, daneben die USB Steckdose, hier vorne USB Steckdosen. Also es waren alle, ich müsste jetzt lügen, aber es waren bestimmt 7, 8, 9 Dosen, die wir hier verbaut haben. Und das war natürlich schon richtig heftig, weil wir mussten die ganzen Oberschränke zerlegen, damit wir hier sauber die Kabel legen können. Weil wir möchten natürlich bei so einem Auto hier nirgends Kabelkanäle sehen. Hier, ihr seht, alles weg, sauber verarbeitet, sauber weg, als ob die serienmäßig vom Werk aus installiert gewesen wären. Und so muss das auch gemacht werden, damit das alles Hand und Fuß hat. Hier sind sie eingelassen, man darf nicht sehen. Das ist ganz wichtig. Dann haben wir noch verbaut unser Schmuckstück, zweimal 200 Amperestunden Lithium. Da machen wir jetzt mal hier auf, dann können wir hier mal reingucken. Hier sind sie, die Schmuckstücke. Und hier haben wir natürlich einen Büttner Wechselrichter. Da unten haben wir noch den Hauptschalter. Wir haben hier zweimal Solaregler, weil wir hier am Dach zweimal, viermal 160 Watt Solaranlage haben. Dementsprechend ist hier alles elektrische verbaut. Also schaut richtig klasse aus. Nicht wundern, wir haben hier die ganzen Temperaturfühler drauf gemacht. Ich meine, ihr seht, das klappt natürlich nicht mit dem Minuspol. Wir haben hier dementsprechend 1, 2, 3, 4, 5, 6 Temperaturfühler, Solaregler, Lalebooster, Wechselrichter und, und, und. Alles hat Temperaturfühler, die müssen auch anständig verbaut werden. Dann ist das auch hier geschehen. Dann haben wir hier unsere Druckwasseranlage, weil hier haben wir umgestellt auf Druckwasser. Hier war eine Tauchpumpe drin. Der Kunde wollte aber eigentlich eine Druckpumpe haben. Das wurde leider vom Werk aus nicht umgesetzt. Das haben jetzt wir umgesetzt, damit der Kunde zufrieden ist und das auch wunschgemäß erfüllt kriegt. Auch ganz wichtig. Dann natürlich die ganzen Kabel, wo man von ganz vorne nach ganz hinten verlegt, wo die ganze Elektrik neu gemacht wurde. Weil standardmäßig sind wir natürlich mit der Elektrik hier gewesen. Also hier unterm Sitz war ja die Batterie. Ihr seht, die haben wir natürlich raus gemacht. Und dementsprechend wurde hier alles neu verbaut. Und da hinten haben wir auch unsere Verteilerboxen anständig eingebaut. Hier die Sicherungen, die waren ja schon dementsprechend. Aber wir mussten natürlich von hier einmal komplett nach hinten gehen, um dass wir dann dementsprechend alles nach hinten wieder haben. Auch haben wir natürlich die Starterbatterie angeschlossen an die Solaregler, damit die jeweils mitgeladen waren. Und dann, was kann ich euch noch erzählen, alles Mögliche. Also ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Das war ja hier wirklich eine ganze Litanei. MaxVan habe ich schon gesagt. MaxVan, ja genau, MaxVue, vier Platten Solaranlage. Also war echt eine Menge. Hat aber richtig Spaß gemacht. War eine echte Herausforderung, das alles sauber zu verbauen. Das alles dementsprechend auch umzusetzen, wie der Kunde das will. Am genialsten finde ich natürlich auch die Hubstützen entsprechend. Die machen auch richtig Spaß. Also es ist echt ein geiles Auto, muss ich sagen. Ja, das ist rausgegeben. Morgen früh wird es cold. Ich fahre es jetzt gleich noch raus. Und sauber gemacht haben wir schon alles. Genau, damit hier der Kunde sich dann wohlfühlen kann und sein kleines Traumfahrzeug hat. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wenn, dann korrigiert mich. Aber ich glaube, wir müssten alles gesagt und gezeigt haben, was wir hier umgebaut haben. In diesem Sinne zeige ich euch jetzt gleich noch ein Auto, was wir die Woche gemacht haben. Und da hole ich euch gleich wieder mit dazu. Bis gleich. So, hier sind wir im nächsten Auto, im Rollerteam. Ihr seht schon, wie ich es hier hinhalte. Das ist das Navigationsgerät, das 903 mit dem schwenkbaren Display. Also das ist richtig cool. Da macht richtig Laune, weil man sich das zum Fahrer hin ein bisschen gut hindrehen kann. Also das ist richtig geschickt. Das haben wir hier verbaut. Und das darf ich euch mal zeigen. Jetzt hoffe ich mal, dass das gut rüberkommt. Oder warte mal, ich mache mal das Hauptlicht an, damit wir entsprechend was sehen können. Jawohl, dann kann ich mal das da ausmachen. Jetzt wollte ich hier mal leise machen. Was wir nämlich hier auch verbaut haben, das ist ja die normale Rückfahrkamera. Dann haben wir aber noch zwei Kameras zusätzlich verbaut. Also einmal ist hier eine Kamera zum Rückfahren. Dann haben wir hier eine, wo man als Rückspiegel nehmen kann. Und dann haben wir hier noch eine verbaut unter Boden, wo man nämlich dementsprechend den Ablauf sieht. Und genau da, wo das Rote Kreuz ist, muss der Kunde hinfahren, sodass da, wo das Rote Kreuz ist, der Gulli ist. Und dann kann er einfach den Wasserhahn aufmachen und schon geht das ganze Wasser raus. Und das ist eine richtig tolle Sache. Das haben wir hier verbaut. Und natürlich auch mit DAB dementsprechend. Also auch das funktioniert. Also das ist eine super tolle Menüführung, auch von dem Alpine. Also gefällt mir richtig gut. Ist ein richtig schönes Radio. Macht richtig Spaß. Natürlich auch mit, na, wo haben wir es? Navigation, genau, haben wir hier GPS-Antenne und allem drum und dran. Also richtig tolle Sache. So, was haben wir hier noch verbaut? Hier haben wir auch noch verbaut eine Vibro Safe Lock. Halt, Stopp, Entschuldigung, jetzt lüge ich. Eine Vibro ohne Safe Lock. Wir haben hier die normale Vibro mit Pro Finder und Bluetooth-Vernetzungsmodul verbaut. Und dass der Kunde sich dementsprechend hier sicher fühlt. Haben wir die ganzen Fensterkontakte verbaut, damit es passt. Und ja, das Auto habe ich euch ja schon mal kurz gezeigt, nagelneu. Dann haben wir hier auch einen Max-Van verbaut, ohne Verdunkelungsrollo. Da kann der Kunde sich noch einen drüber machen, wenn er ihn wollte. Er wollte aber da jetzt keinen dran haben. Dann haben wir verbaut einen Wechselrichter. Und da habe ich euch ja schon mal angeteasert, wie wir den Kasten kurz gefilmt haben. Das zeige ich euch gleich nochmal. Es war aber besser, dass ich das hier euch nicht gezeigt habe. Ich war zwar schon mal grob verlockend, weil wir hatten ja hier alles herausgehabt, weil er hat ja nur eine Solarplatte draufgekriegt mit 160 Watt. Katastrophe. Also da drunter, da schaut es wieder aus. Da wäre wieder videofällig gewesen über einen Kabelsalat. Aber das habe ich jetzt dann mal weggelassen, weil kann man ja nicht immer zeigen. Und jetzt zeige ich euch hier unseren verbauten Kasten. So schaut es jetzt aus, wenn wir das gemacht haben. Also ich habe jetzt hier nur ein paar Änderungen gemacht. Ich habe einmal hier überall die Schutzleitungen drüber gemacht. Wie gesagt, die Batterie haben nicht wir verbaut, weil das da mit dem Spanggurt finde ich eigentlich nicht schön. Kann man machen, aber ist jetzt nicht wirklich die prickelnde Lösung. Aber gut, wie ihr das händelt. Wir haben jetzt hier nur eine schöne Abkastung reingemacht, damit wir hier nur unseren Wechselrichter drauf kriegen. Weil wir das schöner fanden, dann muss ich nicht nur mal separat am Platz opfern, weil der Platz ist eigentlich prädestiniert, ist gut durchlüftet. Der Wechselrichter kriegt gut Luft. Hier haben wir die ganzen Sicherungen verbaut, dementsprechend. Hier haben wir die Sicherung für den Solaregler verbaut. Dann haben wir auch den Solaregler natürlich wieder an der Starterbatterie angeschlossen, dass der gleich mitgeladen wird. Also wir haben jetzt hier halt aus dem, was wir vorgefunden haben, das Beste gemacht. Also ich finde halt allein hier, wenn man schon herschaut, also ich kann jetzt hier mal ein bisschen ranzoomen. Ja, muss einem nicht quallen. Ich finde es nicht schön. Hier schauen die blanken Kupferlitzen raus. Hier sind keine Schrumpfschläuche drüber. Ja, also klar, jetzt kann man sagen, in den Kasten geht keiner ran. Aber der ganze Pol hier so offen, finde ich katastrophal, finde ich nicht schön. Müsste man eigentlich alles anders machen. Aber gut, Sache blöd. Kunde wollte sein Auto wieder haben nach einer Woche. Ich hatte keine Zeit gehabt, weil mir Termine nicht ziemlich voll sind. Und somit, der Kunde hat einen Folgetermin, konnte es nicht mehr umsetzen. Aber es ist echt, ja, nicht wirklich der Maßstab aller Dinge. Also ich finde auch die Klemmen nicht schön. Also das kommt auch dazu, weil die halten auch nicht richtig. Die muss man ständig sichern, weil die Pole natürlich konisch sind. Und die Klemmen hier, der zum Beispiel, gut, da ist jetzt oben drauf eine Schraube, weil sonst würde der auch ständig runterrutschen. Also es ist alles nichts Schönes. Kann man so machen, aber es geht definitiv besser und schöner. Aber egal, wir haben das Beste draus gemacht. Dann haben wir hier unsere Netzumschaltung reingebaut. Hier haben wir unsere 230 Volt Verteilung. Natürlich, hier haben wir unsere Netzumschaltung reingemacht, weil wir müssen ja wieder dafür sorgen, dass Kühlschrank und Ladegerät ausgeschliffen sind. Das ist immer eine ganz wichtige Geschichte bei der Sache. Hier haben wir noch ein FI mit drin, damit der Wechselrichter, wenn er am Landstrom hängt, die Geräte ja alle mit abgesichert sind. Das ist alles safe, alles anständig gemacht. Fahrerträger haben wir montiert und was ihr euch jetzt hinten in der Garage nicht sein braucht, aber haben wir nur ein paar Airline-Schienen reingeschraubt, wo der Kunde haben wollt, vier Stück, damit er seine Ware sauber transportieren kann und sauber handeln kann. Ja, ansonsten optisch ein schönes Fahrzeug, schön hell, tolle Beleuchtungskörper sind da herinnen. Also die blauen Nachtleuchten finde ich da hinten ganz geschickt. Also schaut echt schön aus. Das Schlafgemach schaut schön aus mit den indirekten Beleuchtungen. Schöne Lautsprecher hier hinten oder oben. Also es ist schon wirklich alles ganz schick gemacht. Hier das Badezimmer mal kurz, wie es hier ausschaut. Also ist auch nicht schlecht, was ich auch toll finde. Man kann hier die Türe natürlich zumachen. Jetzt ist sie gerade zu, also richtig eingerastet. Das heißt, hier ist die Dusche, die ist auch sehr schön. Und man kann jetzt hier richtig, hat richtig Platz. Also es ist ein richtig schönes Badezimmer, wo man sie duschen kann, fertig machen kann, umziehen kann. Also hier unten haben wir die ganzen Kleiderschränke drin, Schubkästen drin. Also ist schon ein schickes Fahrzeug. Also ist schon richtig schön gemacht. Kann man lassen. Ja, ich habe Anregungen gehabt, warum wir den Wexman nicht hier verbaut haben. Ich habe es ja schon mal gesagt, der Kunde und ich, wir haben das so besprochen, weil wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen wollten. Jetzt ist er geteilt. Das heißt, ich kriege einmal die Feuchtigkeit vom Duschen raus. Ich kriege aber auch hier die Feuchtigkeit vom Kochen besser raus, weil er hier nicht ums Eck montiert ist. Weil hier gibt es keinen Dunstabzug. Und somit, wenn ich hier mal was koche, Nudelwasser oder überhaupt egal was, schalte ich den ein. Und dann ist es schick, weil dann tut er mir gleich die Feuchtigkeit nach außen ziehen. Und das war der Grund, warum wir den hier an dieser Position verbaut haben, wo er auch meiner Meinung nach definitiv mehr Sinn macht, wie direkt hier in der Dusche. Aber das ist Geschmackssache. Ich finde es halt so schick, weil ich hier einfach mehr Fliegen mit einer Klappe schlagen kann. Auch da vorne das Hubbett, toll beleuchtet. Also das finde ich auch schön. Schöne Ambientebeleuchtung. Tolle Sache. Ja, das wollte ich euch zeigen, wie wir hier fertiggestellt haben, was wir hier alles fertiggestellt haben. Dann haben wir ja nur den roten Pössl gehabt, den habe ich euch schon gezeigt mit der Dieselheizung. Ja, dann haben wir wieder einiges hinter uns die Woche. Jetzt ist Freitag, jetzt schließen wir das alles ab. Morgen werden drei Fahrzeuge geholt und zwei kommen wieder. Und dann legen wir nächste Woche wieder volle Kanne los. Da freue ich mich schon drauf und da lasse ich euch natürlich wieder teilhaben. Und in dem Sinn wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend und ganz liebe Grüße aus Dingesbühl. Ja, gesund bleiben und Kopf hochhalten. Ostern geht auch vorbei und danach wird alles besser. Hoffen wir mal. Also in dem Sinn, macht's gut, bleibt gesund. Vielen Dank für die Likes, Abonnenten. Und über jedes Like und Abonnement freue ich mich natürlich, weil es ist unheimlich schön, dass man hier ein bisschen Bestätigung kriegt, dass man auf dem richtigen Weg ist, dass man euch auch das zeigt, was ihr sehen wollt. Und ja, in dem Sinn, alles Gute, bis bald. Ciao, ciao.